Hi, ich bin Glenn. Schön, dass du da bist. Nach diesem Video wirst du wissen, was ein organischer oder mineralischer Dünger ist und ob du einen organischen oder mineralischen Dünger verwenden kannst. Dieses Video ist übrigens Teil meiner Videoreihe zu Düngemitteln, in welchen ich dir das Thema Dünger ein wenig näher bringe. Folgst du mir eigentlich schon? Wenn ja, vielen Dank, denn das unterstützt mich wirklich sehr. Was sind denn jetzt eigentlich organische oder mineralische Dünger? Die Bezeichnung organisch oder mineralisch auf deinem Düngermittel bezieht sich darauf, welchen Ursprung dein Dünger hat. Organische Dünger werden dabei häufig auch natürliche Dünger genannt, denn sie sind natürlichen Ursprungs, stammen also von Lebewesen, also von Tieren oder von Pflanzen ab. Das Gegenteil von organisch ist anorganisch und so werden mineralische Dünger häufig auch als anorganische Dünger bezeichnet, also nicht von Lebewesen abstammend. Nur weil Dünger organisch sind, also von Lebewesen abstammen, heißt das übrigens nicht, dass sie immer besonders appetitlich sind, denn insbesondere bei manchen Bezeichnungen läuft mir persönlich ein kleiner Schauer über den Rücken. Begriffe wie Blutmehl, Knochenmehl, Fischmehl oder auch Hornspäne finde ich einfach ein wenig seltsam, wenn man darüber nachdenkt, wo sie herkommen. Das heißt übrigens nicht, dass ich sie abwerte. Ich finde nur den Gedanken der Herkunft ein wenig komisch. So komisch ich die Herkunft mancher Dünger auch finde, Pflanzen sind wirklich fantastisch und in der Lage, Nährstoffe in bestimmten Formen aufzunehmen. Bei organischen Düngern liegen die Nährstoffe noch nicht in einer für die Pflanze nutzbaren Form vor. Sie müssen erst noch vom Bodenleben zersetzt werden und werden dann der Pflanze zur Verfügung gestellt, denn die Pflanze macht das größtenteils nicht alleine. Sie holt sich dafür die Hilfe vom Bodenleben. Wenn das das erste Video ist, was du von mir guckst, in vielen meiner Videos betone ich die Bedeutung vom Bodenleben für deine Pflanze. Denn wenn du beispielsweise in einer Erde kein Bodenleben hast, dann kann auch der organische Dünger nicht verarbeitet werden von dem Bodenleben. Das Bodenleben ist ja nicht da. Und somit wird der Dünger deiner Pflanze auch nicht zur Verfügung gestellt. Die Dünger können also im wahrsten Sinne des Wortes nicht in Form gebracht werden, also in eine für die Pflanze nutzbare Form. Ohne Bodenleben funktionieren organische Dünger nicht. Wenn kein Bodenleben da ist, kann der Dünger nicht zersetzt werden und bringt also nichts. Auch muss ich an dieser Stelle erwähnen, dass organische Dünger nicht sofort zersetzt werden. Es kann teilweise Wochen dauern, bis so ein organischer Dünger für deine Pflanze überhaupt verfügbar ist, also bis die Nährstoffe in Form gebracht wurden. Am längsten dauert der Prozess bei den organischen Düngern übrigens bei festen organischen Düngern, denn so ein fester organischer Dünger, ich zeige ihn dir mal, das ist der einzige feste organische Dünger, den ich habe. Und damit er nicht verklumpt, ist er von einer Schutzschicht umgeben, die erst noch zum Beispiel durch Hitze oder auch Wasser zersetzt werden muss. Nachdem also die äußere Schicht zum Beispiel durch Hitze oder Wasser zersetzt wurde, steht erst dann der tatsächliche Dünger dem Bodenleben zur Verfügung. Das Bodenleben zersetzt den Dünger dann und stellt ihn dann der Pflanze zur Verfügung. Bei einem flüssigen organischen Dünger steht der Dünger dem Bodenleben sofort zur Verfügung, nicht der Pflanze. Also egal, ob du fest oder flüssig organisch düngst, die Pflanze hat erstmal nichts von den Nährstoffen. Das Bodenleben muss erstmal noch ran. Beim Festen muss sogar noch die Schutzschicht erst einmal durch Hitze oder durch beispielsweise Wasser zersetzt werden. Um dir ein Zeitgefühl zu geben, es kann Wochen dauern, bis die Nährstoffe deiner Pflanze zur Verfügung stehen. Maßgeblich dafür, wie lange das dauert, ist die Bodentemperatur, denn umso wärmer der Boden, desto aktiver ist das Bodenleben. Du solltest deine Erde natürlich jetzt nicht kochen lassen. Auch muss Wasser verfügbar sein, denn wenn kein Wasser da ist, vertrocknet nicht nur deine Pflanze, sondern auch dein Bodenleben. Toll ist an organischen Düngern, dass sie sich nicht nur positiv auf die Pflanze auswirken, sondern langfristig auch die Nährstoff- und Wasserspeicherkapazität von Böden verbessern können. Mineralische Dünger sind übrigens auch ein bisschen komisch, wenn man sich überlegt, wo die herkommen, denn die kommen teilweise aus nicht erneuerbaren und damit nicht nachhaltigen Quellen. Und das ist insbesondere in Zeiten wichtig, in denen ein nachhaltiger Rohstoffgebrauch wichtiger geworden ist. Mineralische Dünger liegen dabei in einer Form vor, die für die Pflanze sofort nutzbar ist. Deine Pflanze kriegt also sofort die Nährstoffe, die sie benötigt und braucht. Das bedeutet übrigens auch, dass mineralische Dünger häufig kein Bodenleben nähren und somit einem gesunden Boden entgegenwirken. Die Bodenstruktur wird nicht verbessert und langfristig angewandt, können mineralische Dünger die Nährstoff- und Wasserspeicherkapazität von Böden sinken lassen. Häufig enthalten günstige mineralische Dünger übrigens auch nicht alle benötigten Nährstoffe für deine Pflanze. Die meisten bei uns verkauften Dünger sind Volldünger. Das heißt, sie enthalten drei Komponenten und zwar N-Stickstoff, P-Phosphor und K-Kalium. Günstige mineralische Dünger enthalten dann auch wirklich nur das. Also Stickstoff, Phosphor und Kalium, nichts weiter. Häufig wird das dann übrigens Universaldünger genannt, denn Universaldünger sind universell einsetzbar, denn sie sind auf keine bestimmte Pflanze angepasst. Dies kann jedoch bei deinen Pflanzen langfristig zu Mangelerscheinungen führen, solltest du nur mit Universaldüngern düngen. Ein sehr häufig verwendeter Dünger, der auch von vielen empfohlen wird, der Compocomplete Universalpflanzendünger, zählt übrigens auch zu den Düngern, die langfristig Mangelerscheinungen verursachen können. Und das erwähne ich tatsächlich nur, weil ich von vielen Personen Nachrichten bekomme, die Probleme mit ihren Pflanzen haben, die den Compocomplete Universalpflanzendünger verwenden. Da in mineralischen Düngern häufig weniger Nährstoffe, also wirklich nur Stickstoff, Phosphor und Kalium enthalten sind, fehlen die Nährstoffe langfristig dem Boden, denn der Boden hat erst noch die benötigten fehlenden Nährstoffe, der Dünger gibt sie nicht zu und die Pflanze verbraucht das Ganze. Mit der Zeit sind also die Nährstoffe auch aus dem Boden aufgebraucht, vom Dünger kommt nichts dazu und die Pflanze hat es aufgegessen. Das ist übrigens auch der Grund, warum Mangelerscheinungen häufig nicht sofort auftreten, denn die Pflanze findet die benötigten Nährstoffe manchmal noch in der Erde und langfristig gibt es dann die Mangelerscheinungen, die dir zeigen, dass der Dünger nicht ausreichend Nährstoffe zur Verfügung gestellt hat. Umso ausgelaugter deine Erde ist, desto schwächer wird übrigens mit der Zeit deine Pflanze. Organische und auch mineralische Dünger können übrigens in sowohl fester als auch flüssiger Form vorliegen. Bei mineralischen Düngern weißt du immer ganz genau, was jetzt deine Pflanze an Nährstoffen bekommt, denn das steht ja hinten drauf und du weißt, dass die Nährstoffe sofort deiner Pflanze zur Verfügung stehen. Bei organischen Düngern, die meist über eine lange Zeit vom Bodenleben verarbeitet werden, kannst du nicht immer ganz genau wissen, wann welcher Nährstoff jetzt deiner Pflanze gerade zur Verfügung gestellt wird. Volldünger haben übrigens unterschiedliche Zusammensetzungen. Manchmal ist mehr Phosphor drin, mehr Kalium oder auch mehr Stickstoff. Ein organischer Dünger ist meist von der Rezeptur her gesehen ein sehr, sehr ausgewogener Dünger, also meistens sowas rund um ein Phosphor, ein Kalium, ein Stickstoff. Wenn du jetzt allerdings weißt, du hast eine Pflanze mit einem sehr, sehr hohen Stickstoffbedarf, dann ist es manchmal mit einem handelsüblichen organischen Dünger sehr, sehr schwer, vermehrt Stickstoff deiner Pflanze zuzuführen, ohne ihr direkt jetzt auch mehr Kalium und mehr Phosphor zu geben, denn die Zusammensetzung des Düngers war ja sehr ausgewogen. Das heißt, erhöhst du den Stickstoff, erhöhst du auch alles andere. Es gibt allerdings auch organische Dünger, die sehr, sehr reich an bestimmten Nährstoffen sind und dafür andere Nährstoffe vernachlässigen. So sind Hornspäne zum Beispiel sehr stickstoffreich. Achte also bei der Wahl deines organischen Düngers darauf, was für einen organischen Dünger du verwendest und gebe deiner Pflanze entsprechend ihrer Bedürfnisse ein vollständiges Nährstoffangebot. Angenommen, du hast jetzt schon Dünger und fragst dich, ob der organisch oder mineralisch ist, dann sind hier ein paar Tipps, denn wenn du dir die Verpackung durchliest von einem der Dünger, gibt es bestimmte Schlagworte, die dir helfen zu entscheiden, ob das ein organischer oder mineralischer Dünger ist. Hier mal ein paar Beispiele. Bei mineralischen Düngern steht häufig hinten nur die Nährstoffkonzentration drauf oder es gibt Begriffe wie, ist ein besonders schnell wirkender Dünger oder aus 100% natürlichen Mineralien auf der Packung vermerkt. Dies sind Schlagworte, die dir helfen herauszufinden, ob es ein mineralischer Dünger ist. Auf dieser Verpackung steht zum Beispiel auch drauf, dass alle Nährstoffe sofort an der Pflanze zur Verfügung stehen. Das ist ja nur bei mineralischen Düngern so. Bei diesem festen Dünger hier neben mir steht zum Beispiel drauf, dass es ein Bio-Dünger ist, eher unter der Verwendung von Produkten pflanzlichen Ursprungs aus der Lebens-, Genuss- und Futtermittelherstellung gewonnen wurde. Auf dieser Verpackung steht sogar aus pflanzlichen Rohstoffen, organischer Flüssigdünger und dann noch, dass es aus pflanzlichen Stoffen gewonnen wurde. Begriffe wie Bio für die biologische Landwirtschaft geeignet, von Pflanzen oder von Tieren abstammend oder auch hier steht zum Beispiel wie Nasse oder auch Mellasse, das alles zeigt dir, dass es ein organischer Dünger ist. Verwendest du eigentlich lieber einen organischen oder einen mineralischen Dünger oder hast du eine bestimmte Lieblingsmarke? Schreib das doch mal in die Kommentare. Warum ist es jetzt wichtig für dich, den Unterschied zwischen einem mineralischen oder auch organischen Dünger zu kennen und welcher ist der bessere? Es ist wichtig, den Unterschied zwischen organisch und mineralisch zu kennen, denn das hilft dir einfach, den richtigen Dünger für deine Pflanze auszuwählen. Bei der Frage, ob ein fester oder auch ein flüssiger Dünger der richtige ist, finde ich persönlich, dass es von deiner Anwendung abhängt. Bei der Frage, ob organisch oder mineralisch, ist die Antwort deutlich komplexer und so habe ich mir drei Fragen überlegt, die du beantworten kannst, um zu entscheiden, ob ein organischer oder mineralischer Dünger besser wäre. Die erste Frage ist, worin wohnt denn deine Pflanze überhaupt? Denn mit einer Antwort darauf kannst du erstmal abstecken, was überhaupt möglich ist. Wenn du deine Pflanze in einer Erde hältst oder ein Substrat verwendest, welches organische Bestandteile enthält, zum Beispiel Baum, Rinde, Laub oder vielleicht im Idealfall sogar meinen besten Erdmix, dann kannst du sowohl mineralisch als auch organisch düngen. Verwendest du ein rein mineralisches Substrat, das findet zum Beispiel häufig bei Sukkulenten- und Kakteenanwendungen, oder verwendest du zum Beispiel Semihydrokultur, also ein mineralisches Substrat in Kombination mit Selbstbewässerung, dann kannst du nur rein mineralisch düngen. Alle meine Substrate mische ich übrigens selber. Wie ich das mache und welche Bestandteile ich verwende, das findest du alles in der Videobeschreibung. Enthält das Zuhause deiner Pflanze, also das Substrat deiner Pflanze, ausschließlich mineralische Bestandteile, so kannst du davon ausgehen, dass da so gut wie gar kein Bodenleben drin ist, welches du für die Zersetzung organischer Bestandteile eines Düngers benötigen würdest. Verwendest du einen ausschließlich mineralischen Mix ohne Selbstbewässerung, könntest du theoretisch organischen Dünger verwenden, der bringt aber nichts, denn du hast ja kein Bodenleben. In Semihydrokultur, also im Selbstbewässerungssystem, ist der organische Dünger sogar schädlich für deine Pflanze, denn der Dünger ernährt anaerobe Bakterien, die langfristig Wurzelfeulnis begünstigen können. Du solltest also bei mineralischen Substraten von organischen Düngern absehen. Mineralische Dünger kannst du hingegen immer verwenden. Für den organischen Dünger brauchst du ein Bodenleben, welches du zum Beispiel hast, wenn du meinen besten Erdbex verwendest. Die zweite Frage, die du dir stellen kannst, wie lange wohnt denn deine Pflanze schon in dem Topf? Du kannst dich an deine letzte Düngergabe einfach nicht erinnern und das liegt jetzt nicht daran, dass du so vergesslich bist wie ich. Dann braucht deine Pflanze wahrscheinlich auf jeden Fall Nährstoffe und das lieber schnell als spät. Hier wäre dann ein mineralischer Dünger hilfreich, denn der stellt natürlich die Nährstoffe deiner Pflanze sofort zur Verfügung. Verwendest du ein organisches Substrat, kannst du übrigens auch einen organischen Dünger mit einem mineralischen Dünger mischen. Die Mischung von organischen und mineralischen Düngern ernährt dann nicht nur die Pflanze, sondern auch immer das Bodenleben und so kannst du langfristig weniger mineralische Dünger verwenden. Persönlich düng ich zum Beispiel in meinen organischen Substraten sowohl organisch als auch mineralisch. Dies wirkt sich bei mir besonders gut auf die Pflanze aus. Natürlich kannst du in organischen Substraten auch ausschließlich organisch oder mineralisch düngen, sofern dein Dünger alle Nährstoffe abdeckt. Die dritte Frage ist, wie geht's denn deiner Pflanze? Hat sie Mangelerscheinungen? Kannst du sehen, dass ihr was fehlt? Auch dann wäre vielleicht ein mineralischer Dünger hilfreicher. Auch hier würde ein organischer Dünger, angenommen du hast deine Pflanze in Erde, auch erst in vielen Wochen Wirkung zeigen. Spannend finde ich bei Pflanzen übrigens auch, dass Mangelerscheinungen auch auftreten, wenn deine Pflanze die ganze Zeit zu viel von einem Nährstoff bekommen hat und du dann anfängst richtig zu düngen. In dem Video zu festen und flüssigen Düngern habe ich das mit meinem persönlichen Zuckerkonsum im Kaffee verglichen. Ich brauche den Zucker nicht, fand es aber am Anfang erst einmal gar nicht so gut, dass da kein Zucker mehr in meinem Kaffee war. Der Weg, den Zucker in meinem Kaffee wegzulassen, war für mich persönlich ziemlich schwer. Und um deiner Pflanze so einen Entzug zu ersparen, ist eine richtige Düngerverwendung besonders wichtig. Wenn du eine Erde verwendest, deine Pflanze regelmäßig Dünger von dir bekam und ansonsten auch fit aussieht, dann spricht nichts gegen organischen oder mineralischen Dünger. Beide Dünger sind vollkommen okay. Wenn du ein mineralisches Substrat verwendest, dann geht ausschließlich ein mineralischer Dünger. Hat deine Pflanze schon lange keinen Dünger mehr bekommen oder zeigt irgendwelche Mangelerscheinungen, dann wäre ein mineralischer Dünger hilfreich. Wie lange kann jetzt eigentlich so ein Dünger gelagert werden? Im Allgemeinen sollten Düngern vor Hitze oder auch Kälte geschützt werden. Flüssige organische Dünger sind meist zwischen zwei und sechs Jahren haltbar. Flüssige mineralische Dünger können bis zu zehn Jahre haltbar sein. Und feste Dünger können deutlich länger haltbar sein, sofern sie trocken gelagert wurden. Flüssige Dünger bitte vor der Anwendung einfach mal ganz kurz schütteln und schon ist er verwendbar. Ich habe noch zwei wichtige Tipps bei organischen und mineralischen Düngern für dich. Tipp eins ist, dass du, wie vorhin schon beschrieben, die organischen und auch mineralischen Dünger miteinander kombinieren kannst, um deiner Pflanze so viel wie möglich Wachstum zu geben und zeitgleich auch noch an das Bodenleben zu denken. Dies ist allerdings nur bei organischen Substraten möglich. Wenn du übrigens nicht weißt, ob dein organisches Substrat ein Bodenleben hast, dann kannst du auch feuchten Kompost deiner Erde beimischen. In Kompost ist viel Bodenleben drin. Auch würde ich dir immer empfehlen, verschiedene Dünger zu verwenden und nicht immer nur den gleichen Dünger zu nehmen. So bietest du deiner Pflanze nicht nur eine Banane und einen Apfel, sondern eine wunderschöne Obstplatte. Unterschiedliche Dünger haben einfach unterschiedliche Zusammensetzungen und sofern das für deine Pflanze passt, kannst du so das Nährstoffangebot maximieren. Welcher Dünger ist denn jetzt der bessere? Organischer oder mineralischer Dünger? Organisch, das klingt nachhaltig. Ist das denn jetzt auch besser für Pflanzen? Sofern ein mineralischer Dünger alle Nährstoffe abdeckt, spricht überhaupt nichts gegen die Verwendung eines mineralischen Düngers. Es gibt Studien, die belegen, dass Pflanzen, die organisch gedüngt wurden, gesünder sind. Es gibt aber auch Studien, die belegen, dass es eher von der Züchtung oder von vielen anderen Faktoren fernab vom Dünger abhängig ist, wie gesund jetzt so eine Pflanze überhaupt wird. Dass sich ein richtig angewandter organischer Dünger allerdings nicht nur positiv auf die Pflanze, sondern auch auf den Boden auswirken kann, das ist eindeutig belegbar. Ich hoffe, ich konnte dir den Unterschied zwischen organischen und mineralischen Düngern gut aufzeigen und dir Entscheidungshilfen bieten, welcher Dünger für deine Pflanze und auch dich der richtige ist. Ein Abo und auch einen Daumen hoch unterstützen meinen Kanal übrigens riesig und ich bin dir jetzt schon dankbar dafür. Ich freue mich auch, dich in meinem nächsten Video zu sehen. Guck dir doch vielleicht direkt eins an. Bis zum nächsten Mal. Ciao, kakao.